Mein heutiger Gast ist Timo Uludak, Senior Technical Marketing Manager bei WIRT Elektronik ISOS im Geschäftsbereich Magic Power Modules. Damit ist schon mal das Thema klar. Meine erste Frage würde lauten, im Prinzip gehe ich davon aus, dass sie immer noch deutlich teurer sind und ich gehe auch davon aus, dass jemand ein gewiefter Entwickler mit einer diskreten Lösung viel näher an seine genauen Bedürfnisse herankommen könnte. Daher meine Frage, welche Überlegungen sollte er denn trotzdem anstellen, um sich zumindest über die Alternative eines Power Modules im Klaren zu werden? Sehr gute Frage. Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Teuer, das stimmt so eigentlich nicht, denn wenn man sich mal einen DC-DC Wandler ansieht, dann ist schon ein relativ komplexes Gebilde. Das heißt, man muss schon sehr, sehr viel Erfahrung haben. Wenn ich jetzt mal das komplette Design mir betrachte, bedeutet das bei einem DC-DC Wandler, ich muss mir erstmal die richtige Topologie aussuchen. Dann muss ich ihn designen, dann muss ich alle Komponenten, die da drin sind, das heißt die Induktivität, die Kondensatoren, das IC aussuchen, muss sie dann auch noch anpassen. Dann muss ich das Ganze auch noch auf ein Layout drauf bringen, also in Hardware bringen. Dann muss ich aber auch noch sämtliche EMV-Tests machen, sämtliche thermischen Tests muss ich auch noch machen mit der ganzen Logistikkette. Das muss ich erstmal alles dann machen. Das bindet gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Entwicklungsressourcen und auch sehr, sehr viele SCM-Ressourcen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde, so ein DC-DC-Wandler auf den Markt zu bringen. Die Power-Module haben das alles schon drin. Aber da muss er sich über die Topologie immer noch im Klaren werden. So nicht, weil wir sehr, sehr viele Topologien haben und er eigentlich nur wissen muss, was geht rein in die Box, was soll raus aus der Box. Wir haben da mal so ein kleines Modell vorbereitet, das es vielleicht ein bisschen besser zeigt. Wenn man sich hier das mal anschaut, diese schwarze Kästchen hier ist unser komplettes Power-Modul. Und im Power-Modul drin haben wir sowohl das Schalt-IC, die Induktivität in Grau, die Eingangs- und Ausgangskondensatoren in Rot, das PCB, wo alles drauf ist. Hier ist auch alles schon fertig. Und dieses komplette Ding, Power-Modul, kriegt der Kunde thermisch optimiert, EMV optimiert, kostenoptimiert. Das heißt, gerade in der heutigen Zeit, wo ich ein Time-to-Market habe, ist es unabdingbar, dass man sich gerade diesen Power-Modulen nicht verschließt. Und das Portfolio wächst gerade von der Wirt-Elektronik-Eisos in unserem Bereich eigentlich jährlich an, sodass wir eigentlich fast jenes Need, sage ich jetzt einmal, auf dem Markt bedienen können damit. Okay. Das noch jetzt eine Frage zu diesem Punkt. Kommt der gewiefte Entwickler, sagen wir mal so, könnte es sein, dass der näher an das rankommt, was er mag oder braucht oder denkt zu brauchen? Oder lassen sich die Power-Module in einer gewissen Hinsicht schon auch noch ein bisschen anpassen? Also die Power-Module können Sie anpassen. Das heißt, je nachdem, welche Ausgangsspannung Sie zum Beispiel brauchen, können Sie über einen Spannungsteiler die Ausgangsspannung anpassen. Sie können aber auch die Schaltfrequenz anpassen. Sie können anpassen, ab wann startet dieses Power-Modul. Hat es eine Verzögerung von ein paar Millisekunden oder mehrere hundert Millisekunden zum Beispiel? Sie können aber auch dieses Power-Modul über eine Zusatzfunktion einschalten oder wieder ausschalten, wenn Sie in so eine Art Energie-Safe-Modus gehen wollen. Und das Gute an diesen Power-Modulen ist halt, es ist alles super hoch integriert. Sie werden mit einer diskreten Lösung diese Packungsdichte gar nicht hinkriegen, weil wir auch in diesen Power-Modulen tendenziell mit einer höheren Frequenz fahren und dadurch auch sämtliche Komponenten viel, viel kleiner sein können. Okay. Das heißt also, wenn man jetzt zusammenfassen möchte, würde ich sagen, es gibt überhaupt keinen Grund mehr. Okay, gut. Dann die nächste Frage. Wenn sich jemand also jetzt dafür entscheidet, ein Power-Modul einzusetzen, welche Parameter sind für ihn entscheidend? Entscheidend ist erstmal, dass wir wissen für die Auswahl, was ist die Eingangsspannung? Ist es eine klassische 24 Volt oder ist es eine POL-Anwendung, wo ich im Bereich von 5 Volt bin zum Beispiel? Was ist die Ausgangsspannung? Muss ich sie einstellen können oder können wir mit einer fixen Ausgangsspannung arbeiten? Welchen Ausgangsstrom brauchen wir? Welches Gehäuse ist gewünscht? Es gibt einige Power-Module, die sind in einer bedrahten Version, also THT. Kann man die kaufen bei uns, wenn man Platz hat. Es gibt aber auch dann Power-Module, die sind so hoch integriert, dass wir das nur in SMD-Form anbieten können. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die letzten zwei Jahre Ihnen eigentlich in die Hand gespielt haben, weil dann war aufgrund der Lieferengpässe sowohl im passiven als auch im Halbleiterbereich, denke ich, hat sich wahrscheinlich der eine oder andere überlegt, es hat auch Vorteile, wenn man das eben, wenn Sie sich darum kümmern müssen, die ganzen Komponenten anzuschaffen. Hatte sich das positiv auf den Umsatz ausgewirkt? Also es hat sich positiv ausgewirkt, weil jetzt nicht mehr wie bei einer diskreten Lösung sechs, sieben, acht Komponenten verschiedene durchs SCM herangeschafft werden müssen, logistisch gehandelt werden müssen, dann auch noch zusammengebaut werden müssen. Bei uns haben sie halt nur eins, was sie bestellen müssen. Und das spielt halt gerade in einem Time-to-Market, wo man auch dann einen anderen Kunden hat, der dann sagt, ich brauche jetzt aber dieses Ding und sehe in die Karten, weil es dadurch einfach schneller geht. Jetzt, böse Frage, haben Sie auch Lieferengpässe? Wir hatten auch Lieferengpässe. Wir sind, glaube ich, alle von dieser Situation ertroffen gewesen. Gerade im Bereich der ECs gab es immer wieder Durststrecken, wenn man es so sagt. Durststrecken, gut. Okay. Wirt Elektronik Isos ist natürlich nicht der einzige Anbieter von Powermodulen. Wo sehen Sie denn die quasi unique selling points, die für die Powermodule von Wirt sprechen? Was definitiv für Wirt spricht ist, wir sind kein Verkäufer im klassischen Sinne bei den Powermodulen. Wir sind ein Design-In-Partner auf Augenhöhe. Das heißt, wenn Sie bei uns ein Powermodul kaufen, sei es eins, zwei oder Sie kaufen 10.000 Stück, es ist vollkommen egal. Sie sind unser Design-In-Partner. Das heißt, Sie bekommen in ganz unserer Philosophie entsprechend, more than you expect, bekommen Sie ein Design-In-Support zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie nicht wissen, wie Sie das machen sollen, wir haben eine Hotline. Sie schreiben eine E-Mail, Sie kriegen wirklich schnell eine Antwort. Wir helfen Ihnen. Wenn Sie Fragen beim Layout haben, wie bringe ich es dann auf die PCB zum Beispiel? Wir helfen Ihnen. Wenn Sie auch Fragen haben zur EMV oder wir Ihnen auch bei der EMV-Prüfung helfen sollen oder die thermischen Aspekte oder whatever. Sie schreiben uns eine E-Mail und Sie kriegen sofort Hilfe. Und das alles free of charge. Und auch für, das ist jetzt der große Punkt, also auch für Kunden, die nicht 10.000 Stück kaufen. Das ist vollkommen egal. Sobald Sie Kunde sind, sind Sie unser Design-Partner. Und wir sind in Ihrem, für die Zeit des Design-In-S, sind wir quasi in Ihrem Team virtuell und helfen Ihnen. Okay. Und das ist unser More-than-You-Expect. Dadurch separieren wir uns. Sehr gut. Letzte Frage. Können Sie so ein bisschen Ausblick geben, was so, sagen wir mal, in den nächsten sechs Monaten von WIRT in dem Bereich zu erwarten ist? Hm. Schwierige Frage. Nee, keine schwierige Frage. Also was auf jeden Fall kommen wird, ist, Sie wissen ja, wir haben ein RED-Expert-Tool-System, wo es auch einen EMV-Filter-Designer und noch andere Sachen drin gibt. Dafür gibt es jetzt ein neues Modul, den Magic Module Designer. Das heißt, das ist ein Tool, da werden Sie an die Hand genommen. Sie geben nur die Eingangsparameter ein, wie Eingangsspannung, die Ausgangsspannung, Strom. Und dann werden Sie an die Hand genommen und durch den kompletten Design-In-Prozess durchgeguided. Das heißt, man schlägt Ihnen Power-Module vor. Sie können sich dann auch noch die Datenblätter anschauen. Sie können dann auch während des Designs ins alle Parameter dann noch selber ändern. Sie kriegen danach dann auch ein komplettes Summary zum Beispiel von diesem Design-In. Und Sie können auch per Knopfdruck alle Module, die Sie da drin haben, alle Kondensatoren, alles direkt samplen und einen Sample-Auftrag an uns schicken. Und Sie kriegen das dann sofort kostenlos zugeschickt, alles. Das heißt, es wird dann ein kundenspezifisches Power-Modul entwickelt oder was? Nee, das nicht. Es wird quasi für die Applikation eine Anpassung des Power-Moduls gemacht. Und das ist quasi das, wodurch wir uns so ein bisschen unterscheiden, dass wir halt diesen Support, diesen Service-Gedanken bei uns sehr, sehr hoch halten und sagen, dadurch unterscheiden wir uns. Wir sind beim Kunden dabei. Wir verkaufen nicht bloß, sondern mit diesem Tool unterstützen wir nochmal mehr. Auf Power-Modul-Seite, ja, es geht weiter in Richtung höhere Eingangsspannungen. Also wir werden auch in Richtung 60 Volt gehen. Wir werden aber auch unsere Micro-Module, das heißt unsere allerkleinsten Power-Module, die wir hier zum Beispiel haben, die sehr, sehr klein sind, jetzt hier zum Beispiel welche mit 2,5 auf 2,5 Millimeter, werden wir jetzt auch ausbauen in Richtung höhere Ausgangsströme, dass wir dann auch in Richtung 3, 6 Ampere gehen können dann. Das ist eher so für Pol-Anwendungen? Das ist jetzt eher so für POL-Anwendungen zum Beispiel gedacht. Und wie gesagt, die höheren Eingangsspannungen sind dann 60 Volt zum Beispiel, um dann eher in dem Bereich alles, was mit DC-Bus 48 Volt zu tun hat, versorgen zu können dann. Gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte, bitte, gerne, immer wieder. Genau. Vielen Dank.